Die Siegerehrung im gemischten Koppel. Das ist eine Bier-Spezialität, und das wird über jeden Raum Leiter des Sporthandes der Stadt Ingolstadt von Hermann Kippold. Und, was natürlich noch viel wichtiger ist, ja als die Geldbreite, die von Edeka Südwein gestiftet worden sind, aus den Händen von Albon-Streten, die man bei der Ausleitung des Schönes vom SV Grobsal. Und die selben Kombinationen, nur statt des E, ist diesmal ein ganzes Fässchen hier, erhalten die bayerischen Meister im gemischten Koppel. Und das sind im Jahr 2018 Florian Schwein und Eva-Maria Meier vom Witz-Vorschach Hauflug. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Früher hieß es mal Ladies First, jetzt heißt es Amerika First. Vielen Dank.